Da bin ich wieder. Na Gott sei Dank. Sag mal, wo warst du denn? Ich hab schon gedacht, dieser Mann hätte dich verschleppt, wollte schon die Polizei rufen. Das hat er selbst gemacht. Wie, der hat die Polizei kommen lassen? Warum das denn? Er glaubt, ich wäre seine Ex-Frau. Ist doch furchtbar, oder? Und jetzt hast du auch noch Mitleid mit ihm. Er war völlig durcheinander. Wahrscheinlich braucht er einen guten Arzt. Möglich. Und das in einem Fünf-Sterne. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie wär's denn mit dem Spaziergang? Nein. Ich mein, wegen dem, was mit dir passiert ist. Das kann man sich doch nicht bieten lassen. Ich mein, wo kommen wir denn da hin? Cordula, bitte, reg dich nicht auf. Ich will mich aber aufregen. Du weißt, dass ich Aufregungen liebe. Aber das ist nicht gut für dich. Entschuldige, ich bin nicht krank. Doch, du bist extrem kurzsichtig. Ja, und hab eine starke Hornhaut-Verkrümung. Sag ich doch, ich bin nicht krank, ich seh nur schlecht. Herein. Guten Tag, ich bin das Übrige. Wunderbar, stellen Sie es da her. Hier, das ist für Sie. Stellen Sie es ab. Entschuldigen Sie, sind Sie nicht. Ich mein, Sie sehen aus wie... Nein, ich bin es nicht. Schönen Tag noch. Wunderbar. Jetzt fängt der Page auch schon an. Allmählich wird es unheimlich. Wir sind doch keine Zirkusattraktionen. Ach, Cordula, bitte. Nein, nein, nein. Der Herr Direktor, der kriegt jetzt was von mir zu hören. Wo sind meine Schuhe? Hier. Und du kannst mich nicht aufhalten, das sag ich dir. Haha. Das ist gut für meinen Kreislauf. Ich bin so richtig gut in Fahrt. Und das ist sehr gut für meinen Kreislauf. Jacke. So, Fernglas. Und diesen Herr Direktor, dem werde ich jetzt aber die Lefiten lesen. So kann man mit uns nicht umgehen. Das sagt... Ah, ja, das fehlt mir noch. Wurzeln, meine Laune. Wunderbar. Wo geht's lang hier? Wie machen Sie das bloß, André? Ein Riesenhotel und die kleine Kompüse hier. Es ist alles da, was man braucht. Ah, die Ausstattung ist top. Es freut mich, dass unser Equipment Ihre Anerkennung findet. Viele Hotelgäste kommen nur wegen meiner Küche hierher. Glaube ich sofort. Das geht jetzt nicht gegen Sie. Sie haben meinen vollen Respekt. Kann ich nur zurückgeben. Aber der Direktor wird Ihren Vertrag nicht unterschreiben, wenn Felix Seifelt mich loswerden will. Warten wir's ab. Zweimal die Lachsnoten auf Salat und zum Dessert die Mango kriegen. Oh, hallo? Sind Sie es oder sind Sie es nicht? Er ist es. Anselm Teschner. Marie Sonnenwichler. Was machen Sie denn hier? Hm, doppelt hält besser. Sie kochen für uns? Wenn ich darf. Großartig. Ich freu mich schon aufs Naschen. Lachsnoten auf Salat sind leider aus. Ja, dann geht was anderes raus. Wie wär's mit meinem Couscous-Salat? Da bräuchte ich Minze, Zitrone, Milch... Habt ihr Lemongrass da? Haben wir da, ja. Dann fragen Sie doch die Gäste, ob der Couscous-Salat geniehen würde. Alles klar. Bis später. Auf geht's. Fangen wir an? Wir fangen hier gar nichts an. Ich hab's satt. Ich hab ja doch für dieses Theater keinen Stern erkocht. Ich mach mich doch nicht zum Affen. Ja, dann her mit dem Zutaten. Was ich hier will, das fragen Sie noch? Ich will eine Entschuldigung! Sie sollten mir dankbar sein. Haben Sie eine Ahnung, mit wem Sie sich da umgeben? Im Gegensatz zu Ihnen ist Frau Silvia Wielander eine hochanständige Person mit bestem Benehmen. Sie sollten sich eine Scheibe davon abschneiden. Silvia Wielander heißt in Wirklichkeit Barbara von Heidenberg und hat zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Sie irren sich. Ich kenne diese Frau seit langem. Sie ist die Ehefrau meines Arztes. Das ist ja überhaupt nicht zu fassen. Das ist doch Ihre Masche. Ihre Umgebung täuschen. Gibt's hier irgendwas zu trinken? Sie können ja Kaffee haben. Kaffee? Nein, da hier von dem Cognac kenne ich gern was. Na gut, dann eben von meinem Cognac. Na, na, Mann, nicht so ungezogen, junger Mann. Ja, mein Gatte war zwar nur Klodeckelfabrikant, aber meine Familie, alter holländischer Adel. Ja, ich bin beeindruckt. Ich kenne jede Menge einflussreiche Leute. Zum Beispiel den Verleger, Herrn Dr. Schenk. Ich weiß nicht, was das mit Ihrer Begleiterin zu tun hat. Herr Dr. Schenk verlegt viele Zeitungen und Zeitschriften. Er kann für jede Menge negative Presse sorgen. Hören Sie, Frau von Döring? Van Dering. Gut, Van Dering. Nein, es liegt mir fern, meine Gäste zu beleidigen. Anstand und ausgesuchte Höflichkeit sind das oberste Gebot in meinem Haus. Kann ich Sie sprechen? Habe ich hereingesagt. Guten Tag. Weißt du, was in der Küche los ist? Nein, und es interessiert mich auch nicht. Ich bin mitten im Gespräch. Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung, Majestät. Wiedersehen. So, so. Anstand und ausgesuchte Höflichkeit. Nun ja, einige Menschen definieren den Begriff vielleicht anders. Frau von Dering, ich will Sie doch nur warnen. Und ich will eine Entschuldigung. Ende der Diskussion. Das Kleid ist grün gemustert, mit lila Blumen drauf. Taliert, dekortiert. Äh, Größe. 36 vielleicht. Wissen Sie was, legen Sie es zurück. Ich hole es ab und zur Hals. Ja, vielen Dank. Emma? Ähm, ja, hi. Schau mal, hier. Es sind lauter Flecken drauf. Ja, das muss dringend gereinigt werden. Das glaube ich auch. Das ist eine Riesensauerei. Sag mal, du weißt nicht zufällig, welche Konfektionsgröße deine Schwester hat. Ähm, 36, wieso? Ja, nichts. Nicht so wichtig, danke dir. Äh, Felix, hast du einen Moment? Sicher. Ähm, ich wollte dir nur sagen, das, was ich dir erzählt habe, wegen Rosalie und Herrn Saalfeld, das, äh... Hör zu, hör zu. Alles in Ordnung, ja? Mach dir keine Sorgen. Äh, es ist nichts in Ordnung. Du hast einen völlig falschen Eindruck von mir. Und wer sagt das? Rosalie hat mir erzählt, dass du denkst, ich hätte sie nur in ein schlechtes Licht stellen wollen. Und das mit Herrn Saalfeld, dass ich das nur behauptet hätte, weil ich... Emma, hör zu. Ich weiß, dass du keine Lügengeschichten erzählst oder irgendwelche, äh, Intrigen spinnst. Aber sie... Ehrlich? Ja. Da hast du irgendwas falsch verstanden. Ich bin dir nicht böse, wirklich. Alles in Ordnung. Das kann doch nicht sein. Was denn? Ja. Ich hab ganz normal angeklopft. Bin reingegangen und da stand sie vor mir. Einfach so. Hat mich angelächelt. Und sah genauso aus wie die Ex-Frau vom Chef. Fängst du jetzt auch damit an? Im Trinkgeld hat sie mir auch gegeben. Fünf Euro. Hast du dich von meinem Mann anstecken lassen? Nein. Ehrlich nicht. Ich hab ein Foto von der Heidenberg gesehen. Ich weiß, wie sie aussieht. Ja, sowas kommt schon vor. Die beiden Frauen sehen sich ähnlich. Was ist, wenn sie es wirklich ist? Kein Normalsterblicher überlebt so einen Absturz. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Vielleicht ist sie ja eine. Ach. Tja, könnte schon sein. Aber sie kann es gar nicht sein, selbst wenn. Denn die würde nie freiwillig hierher zurückkommen. Warum? Was ist denn genau passiert? Wenn mein Mann nach mir fragt, ich gehe jetzt einkaufen und zwar für die Küche. Frau Sonnmichler, bitte. Ben, das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Wer weiß, manche Menschen sind immer für eine Überraschung gut. Ja, das habe ich alles notiert. Drei Einzelzimmer sind fest und wenn sie das Doppelzimmer brauchen, dann rufen sie mich nochmal an. Ja, jawohl, Herr Doktor. Vielen Dank, auf Wiederhören. Emma? Hallo, was ist denn los? Ich frage mich nur, was mit Felix los ist. Wieso? Er war gerade ganz durcheinander, als er diese Frau gesehen hat. Welche Frau denn? Ach so. Das kann nur die Frau von Heidenberg gewesen sein. Aber dann wundert es mich nicht. Die hat ihm damals ganz schön zugesetzt. Wieso, was war denn? Ach, der hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Sie wollte unter keinen Umständen, dass er ihre Stieftochter heiratet. Naja, und dann... Was und dann? Dann hat sie ihn sogar entführen lassen. Was? Ja, er war tagelang eingesperrt. Nein! Doch, skrupellos. Ohne jedes Gewissen. Ihr ging es immer nur ums Geld. Der arme Felix! Ja, was der damals ausgestanden haben muss. Ein Albtraumdüseentführung. Jetzt weiß ich auch, warum mir diese Frau so bekannt vorkommt. Ja. Ben hat mir ein Foto von ihr gezeigt. Ich muss mich auch nachher... dich zu, wenn sich denn hier aufhörbar currently mit. Mir ist ja. Ich einfach die Brunner. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielen Dank.